Das ist nicht echt. Jemand hat es mir über die Lippe geklebt. Dem Behörden ist das egal. Für sie bist du, Konstantin. Geklebt oder nicht geklebt. Mach es dir gemütlich. Du bleibst eine Weile hier. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Meine Freunde werden bald wieder sein. Jetzt Licht aus! Mach es wieder an, ich sehe gar nichts. Ihr müsst warten, bis ich draußen bin. Sonst tappe ich im Dunkeln.